Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Ferdinand Braun, die Röhre und die Funktelegrafie. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen, die wenig bekannt ist und heute wenig gepflegt wird. Anmerkungen zu den dunklen Phasen unserer Geschichte habe ich Stellung genommen im Vorwort zum Kapitel 1. Bei Interesse empfehle ich dort zuzuhören. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker. Herausragend begabte und fleißige Männer und Frauen unseres Volkes haben unglaublich viel zum Weltkulturerbe beigetragen und allen geholfen. Ich habe einige vorbildhafte Persönlichkeiten herausgegriffen aus den Naturwissenschaften und der Technik in alphabetischer Reihenfolge. Ihre Biografie, ihre Arbeit und die Folgen daraus werden kurz skizziert. Außerdem will ich Wissen über Naturwissenschaften und Technik ein wenig näher bringen. Dr. Hans-Jürgen Alexi Hier ist das Inhaltsverzeichnis als Übersicht zur Dokumentation und zum Nachlesen. Ich habe 63 Personen ausgewählt und alphabetisch geordnet von Albertus Magnus bis Konrad Zuse. Karl Ferdinand Braun Die Kathodenstrahleröhre Und die Funktelegrafie Zunächst zur Biografie. Karl Ferdinand Braun wurde am 6. Juni 1850 in Fulda geboren, als sechstes von sieben Kindern des kurhessischen Gerichtsbeamten Konrad Braun. Er starb am 20. April 1918 in New York an den Folgen eines Unfalls. Er war Physiker und Träger des Nobelpreises für Physik 1909 zusammen mit Guglielmo Marconi für die Telegrafie. Er versuchte auf verschiedenen Gebieten die von Heinrich Herz 1888 nachgewiesene elektromagnetische Strahlung nutzbar zu machen. Siehe bei Heinrich Herz Nach dem Studium von Mathematik und Naturwissenschaften in Marburg arbeitete er als Physikassistent an den Universitäten Berlin und Würzburg. 1885 heiratete er Amelie Bühr aus Baden. Das Paar hatte zwei Söhne und zwei Töchter. Aus Geldmangel legte er 1873 das Examen als Gymnasiallehrer in Marburg ab und arbeitete in Leipzig. Er muss didaktisch sehr gut gewesen sein, denn seine Schüler und Studenten waren von ihm und seinen Experimenten begeistert. Neben der Lehre experimentierte er aber. Er entdeckte 1874 die Halbleiterdiode, ohne sie erklären zu können. 1877 wurde er Professor für Physik in Marburg, dann 1880 in Straßburg, 1883 in Karlsruhe und 1887 in Tübingen und ab 1895 war er dauerhaft Direktor des Physikalischen Institutes der Universität Straßburg. Weiteres zur Biografie von Karl Ferdinand Braun. 1884 erfand er das elektrische Pyrometer und 1887 das Braunsche Elektroskop, ein elektrisches Messinstrument. 1889 fand in Straßburg die erste Demonstration der berühmten Braunschönröhre statt. Ab 1898 arbeitete er sich in die drahtlose Telegrafie ein und wurde zum Pionier der Funktelegrafie in Köln sowie ab 1903 Mitbegründer der Firma Telefunken in Berlin. Ab 1900 gelang es ihm und seinen Mitarbeitern, die Sendeleistung von bisher nur 20 Kilometern stetig zu verbessern und eine Funkbrücke Cuxhaven-Helgoland herzustellen, hier im Bild zu sehen. Beim Untergang der Titanic 1912 wurde die Bedeutung einer drahtlosen Telegrafie über See besonders evident. Braun führte erste erfolgreiche Richtfunkversuche durch. 1909 erhielt er zusammen mit Guglielmo Marconi den Nobelpreis für Physik. 1914 ging er als Repräsentant für Telefunken wegen Patentstreitigkeiten nach New York, wurde dort 1917 vom Kriegseintritt der USA überrascht und interniert, lebte aber unbehelligt in Brooklyn. Er starb am 20. April 1918 dort an den Folgen eines Unfalls. Sein Sohn überführte die Urne in die Heimatstadt Fulda, wo er 1921 beigesetzt wurde. Zum Werk von Ferdinand Braun und zu seiner Wirkung. Neben Weiterentwicklungen schon bestehender Erfindungen erfand er das elektrische Pyrometer und das Braunsche Elektroskop. Das ist ein quantitativ arbeitendes elektrisches Messinstrument mit einem Zeiger. Unsterblich wurde er aber durch die Braunsche Kathodenstrahleröhre 1889 in Straßburg. Im Bild ein solches Modell. Die ersten Exemplare waren unzulänglich. Erst durch ein Hochvakuum, eine Heizung der Kathode für eine bessere Elektronenausbeute sowie durch die Y-Elektrode zur Ablenkung des Kathodenstrahles in zwei Ebenen waren die Voraussetzungen für die Nutzung als Oszilloskop und damit als Bildröhre für das Fernsehen gegeben. Zum Beispiel durch Professor Manfred von Adenne, siehe dort 1930. Hier noch einmal ein Schema einer modernen Fernsehbildröhre. Modern ist relativ. Inzwischen sind sie auch schon überholt durch die LED-Fernseher. Aber hier zeigt sich die Grundlage der Braunschel-Kathodenstrahleröhre. Die Elektronenstrahlen zwei gehen von der Kathode eins aus und fliegen in Richtung auf die Anode fünf. Über eine Lochmaske kommen sie auf die Fluoreszenzschicht des Bildschirmes und bringen dort verschiedenfarbige Pixel zum Leuchten. Hier noch einmal ein anderer Blick auf eine Farbfernsehbildröhre. Erkennbar sind die Austrittslöcher für die Elektronenstrahlen. Das hat uns bis vor kurzem das Farbfernsehen ins Haus gebracht und begonnen hat alles mit der Kathodenstrahleröhre von Ferdinand Braun. Das zweite große Arbeitsgebiet von Ferdinand Braun war die Funktelegrafie, also die Kommunikation über weite Strecken durch Radiowellen. Er verbesserte die Empfängerseite durch einen Kristalldetektor und die Senderseite von Marconi noch wesentlich durch die Trennung in einen Primärkreis und einen induktiv gekoppelten Antennenkreis. Diese Videografik zeigt das Prinzip der Signalübertragung von Radiowellen über weite Strecken. Ein Nutzsignal wird den Radiowellen überlagert entweder durch Amplitudenmodulation AM oder Frequenzmodulation FM. So hätte man die Titanic und auch andere Schiffe erreichen können. Zum Abschluss dieses Kapitels verweise ich auf die übrigen Kapitel. Dieses bunte Kaleidoskop an Ingenieurwissen und Naturwissenschaften soll unseren Horizont erweitern und unser Selbstbewusstsein stärken. Denn es waren deutsche Vorfahren, die sich genial, tüftlerisch und wagemutig gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi Lass uns Committee